Ein aufsehenerregendes Filmereignis erwartet Sie nun, meine Damen und Herren. Im Rahmen der Reihe Money and Crime nun Brian De Palmers Bestseller für Filmung Fegefeuer der Eitelkeiten. Vom tiefen Fall eines erfolgreichen Börsenhändlers, von politischer Korruption erbitterten Machtkämpfen, öffentlichen Skandalen und verbotenen Leidenschaften handelt dieses packende Gesellschaftsdrama. Viel Spaß bei diesem Starkino der Sonderklasse mit Tom Hanks, Melanie Griffith und Bruce Willis. Ein aufsehenerregendes Filmereignis.